Hockey Halleluja hoch 3 – die Eishockey-Festtage in der Olympiahalle kehren zurück. Der deutsche Meister empfängt die Thomas Sabo Eistigers zum Derby, sowie die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim zum größten Kracher um Silvester. Servus Leute, heute hat unser Grüßkinder sogar noch ein Drittspiel mitgebracht für Hockey Halleluja. Dieses Jahr wollen wir noch mal eine drauflegen und wer weiß, vielleicht darf ich auch noch mal ein Tor schießen. Jetzt die Tickets sichern unter redbullmünchen.de Jurassic Park Seize